Die Internationalisierung spielt für die Intergeo eine elementare Rolle. Sie ist neben den Entwicklungen neuer Bereiche eine der wesentlichen Treiber. Begonnen hat es alles eigentlich 2006 mit dem FIG-Kongress, als tatsächlich erstmals die Bühne international bespielt wurde. Seit der Zeit hat sich das tatsächlich sehr gut weiterentwickelt, sodass heute die Intergeo nicht nur einen nationalen oder europäischen Anspruch formuliert, sondern tatsächlich auch über Europa hinaus ihre Pfade legt und ihre Verbindungen schafft. Das wird für die Zukunft sicherlich weiter ausgebaut werden. Der osteuropäische Raum wird stark integriert. Und Middle East kommt immer stärker, auch zur Intergeo. Und natürlich China wird sowohl ausstellerseitig als auch besucherseitig und wahrscheinlich auch zukünftig im Bereich des Kongresses eine größere Rolle spielen. Das Thema Geo-Expertise, Geo-Kompetenz spielt natürlich innerhalb der Digitalisierung eine ganz zentrale Rolle und wird damit natürlich auch inhaltlich die Intergeo in den nächsten Jahren maßgeblich bestimmen. Dieses Jahr lautet das Motto, Geodaten sind die DNA der Digitalisierung. Und ich glaube, dieses Thema wird sich sicherlich die nächsten fünf bis zehn Jahre in verschiedenen Anwendungsbereichen niederschlagen. Soweit thematisch. Natürlich geht es immer auch um Formate. Auch die Intergeo wird zunehmend interaktiv. Das betrifft den Kongress, das betrifft die Messe und entspricht natürlich auch den Bedürfnissen der User Groups, wenn man es so nennen mag, nämlich den persönlichen Treffpunkt auch durch Interaktion zu gestalten. Und die Verbindung zwischen On-Site, also der Veranstaltung selbst, und Online vor der Veranstaltung, nach der Veranstaltung, hat sich in den letzten Jahren zunehmend angedeutet, dass das Bedeutung gewinnt. Und da wird sicherlich in Zukunft noch sehr viel passieren, damit eine Veranstaltung wie die Intergeo eben nicht nur drei Tage im Jahr stattfindet, sondern auch darüber hinaus in allen Formen der digitalen Kommunikation ihre Verbreitung findet.